Öffne die Created School App. Wir fangen mit einem neuen Projekt an. Nennt es zum Beispiel Harry Potter. Drückt auf OK. Bei der Ausrichtung nehmen wir Hochformat. Wir fangen mit dem Blitzer an. Dazu brauchen wir ein neues Stickobjekt. Geht auf Plus Medienbibliothek. Wartet ein bisschen und dann scrollt hier runter bis zu den Nadeln. Hier wählt eure Lieblingsfarbe aus. Zum Beispiel Gelb. Drückt auf OK. Wir programmieren jetzt unseren Blitz. Geht auf Yellow und in die Skripte. Auf Plus kann man neue Bausteine hinzufügen. In der Sticken-Kategorie starten wir jetzt den Aufstich mit der Länge 10. Dieser sticht automatisch. Allerdings so funktioniert es noch nicht. Dazu brauchen wir noch einen weiteren Baustein. Geht in die Bewegungskategorie und scrollt ein wenig runter. Bis zum Verschiebe um 10 Schritte Baustein. Diesen kann man anpassen. Wir nehmen zum Beispiel mal 100 Schritte. Schauen wir was passiert. Und schon haben wir unsere erste Naht. Das reicht uns allerdings noch nicht. Wir können die Naht auch in eine andere Richtung zeigen lassen. Dazu wählt den Zeiger in Richtung Baustein. Man kann den Winkel auch adjustieren. Wir nehmen zum Beispiel 150 Grad um nach rechts unten zu zeigen. Ihr seht rechts in der Einblendung ein Fadenkreuz wo ihr euch orientieren könnt. Sehen wir also was passiert. Perfekt. Für den Blitz brauchen wir noch eine weitere Naht. Diese soll diesmal nach links gehen. Kopiert dazu den Zeiger in Richtung Baustein und nehmt 270 Grad. Dazu müssen wir die Nadel verschieben um eine Naht zu erzeugen. Die Linie soll ein bisschen kürzer sein. Deswegen nehmt 50 Schritte. Schaut schon mal gut aus. Um den Blitz zu vervollständigen brauchen wir eine dritte Naht. Dazu kopiert wieder den Zeiger in Richtung Baustein. Wieder nach rechts unten mit 150 Grad und verschiebt die Nadel erneut um 100 Schritte. Sehen wir uns den Blitz an. Perfekt. Als nächstes wollen wir den Blitz ein bisschen nach links oben verschieben um Platz für die Brille zu machen. Nehmt dazu den Zeiger in Position Baustein. Drückt in die Zahl. Und auf Formel bearbeiten. Links oben bedeutet bei x einen negativen Wert. Beispielsweise minus 160. Bei y einen positiven. Zum Beispiel 230. Der Blitz ist jetzt rechts oben. Perfekt. Jetzt kümmern wir uns um die Brille. Erstell dazu ein neues Stickobjekt. Das funktioniert gleich wie vorhin mit Plus Medienbibliothek. Scrollt runter zu den Nadeln. Diesmal wähle ich die schwarze Nadel aus. Geht in die Skripte der schwarzen Nadel. Wir werden zuerst den Henkel der Brille programmieren. Dazu auf Plus und in die Bewegung. Wir werden ihn leicht nach rechts unten zeigen lassen. Das könnte etwa, überlegen wir mal, mehr als 90, vielleicht 110 Grad sein. Als nächstes müssen wir eine Naht erzeugen. Dazu starten wir wieder den Laufstich. Wir müssen nun die Nadel wieder bewegen, um eine Naht zu erzeugen. Dazu nehmen wir den Verschiebebaustein. Wählt zum Beispiel 40. Wenn man eine kurze Naht erzeugt. Allerdings wollen wir die Brille nach links unten setzen. Deswegen nehmen wir jetzt Sätze an Position und verschieben die Brille. Wählt bei X beispielsweise minus 260 und bei Y sowas wie minus 75. Schauen wir uns das an. Ja. Als nächstes werden wir das erste Brillenglas erzeugen. Da wir zwei Brillengläser haben, werden wir das in einem Miniprogramm auslagern. Dazu macht einen neuen Baustein. Geht auf Event und nehmt Verschicke und Warte Nachricht 1. Wir machen eine neue Nachricht. Bei Neue wählt einen Namen aus, zum Beispiel Kreis. Als nächstes werden wir das Miniprogramm schreiben mit dem Gegenstück, wenn du empfängst. Wählt hier Kreis aus. Geht in die Steuerung und sucht euch eine wiederhole 10 Mal Schleife. Mit diesem Wert wird ihr Kreis erzeugen. Hier könnt ihr 60 einstellen. Je kleiner die Wiederholung, desto kleiner wird auch der Kreis später werden. Dazu müssen wir die Nadel immer etwas drehen. Dazu nehmt ihr den Dreherrechtsbaustein. Zusätzlich müssen wir auch eine Nadel erzeugen. Dazu einen Verschiebebaustein. Den stellt ihr auf 10 Schritte ein. Beim Drehebaustein wählt ihr 360 für einen Grundkreis. Durch die Anzahl der Wiederholungen. Hier zum Beispiel 60. Dazu kopiert den Zeiger in Richtung Baustein und fügt ihn unten ein. Wir wollen den Kreis in eine andere Richtung starten lassen. Zum Beispiel 0 Grad. Das bedeutet nach oben, wie ihr rechts in der Infografik sehen könnt. Schon besser. Als nächstes fügen wir noch einen Verschiebe-10-Schritte-Baustein vor die Wiederholung ein, um den Kreis auch vollständig zu machen. Perfekt. Jetzt müssen wir die Nadel verschieben, um die Nasenhalterung zu programmieren. Dazu wollen wir sie auf die andere Seite des Kreises verschieben. Nehmt einen Zeiger in Richtung Baustein und zeigt die Nadel nach rechts mit 90 Grad. Dazu verschieben wir die Nadel um 192 Schritte und schauen uns das Programm einmal an. Uh, wir haben eine Zwischennaad erzeugt. Die wollen wir aber nicht. Das entsteht dadurch, dass der Laufstich durchgehend sticht. Diesen können wir aber beenden. Hier in der Stickkategorie mit Beende aktuellen Stich. Und schon wird die Zwischennaad nicht mehr gestickt. Jetzt geht es weiter mit der Nasenhalterung. Dazu wollen wir einen halben Kreis programmieren. Dieser ist so ähnlich wie ein ganzer Kreis. Geht auf Plus in die Steuerung und wählt die Wiederhole-10-Mal-Schleife. Dazu brauchen wir dieselben Bausteine wie beim Kreis, einen Drehe-Baustein und einen Verschiebe-Baustein. Der Unterschied beim Halbkreis ist, dass dieser nur 180 Grad gedreht werden muss. Hier nehmen wir etwas weniger, zum Beispiel 9 Grad. Hier auch 9 Grad. Dadurch wird der Halbkreis kleiner. Er zeigt aber noch in die falsche Richtung. Und es wird auch noch nicht gestickt. Deswegen aktivieren wir jetzt wieder den Laufstich. Dazu wollen wir den Halbkreis in eine andere Richtung starten lassen. Nimmt dazu wieder einen Zeiger-in-Richtung-Baustein und platziert ihn vor dem Laufstich. 0 Grad bedeutet, er startet nach oben. Schauen wir uns das Programm an. Der Halbkreis passt. Als nächstes wollen wir wieder einen ganzen Kreis programmieren. Wir haben ja ein Miniprogramm erzeugt. Deswegen können wir das jetzt nutzen. 0 Grad bedeutet, er startet nach oben. Und verschicken unser Miniprogramm. Hier der Kreis. Super. Nächster Schritt, wieder die Nadel nach rechts verschieben. Dazu zeigen wir die Nadel nach rechts mit 90 Grad. Und verschieben um diese Anzahl an Schritten. Als nächstes wollen wir den zweiten Henkel der Brille programmieren. Dazu zeigen wir die Nadel wieder leicht nach rechts oben. Zum Beispiel 65 Grad. Schauen wir uns das Programm einmal an. Oh, wir haben wieder eine Zwischennaht erzeugt. Das heißt, wir müssen wieder den Laufstich beenden. Mit dem beendeaktuellen Stich-Baustein. Den platzieren wir genau hier. Schaut schon besser aus. Wir brauchen nur mal eine kurze Naht und sind fertig. Dazu wieder einen Verschiebe-Baustein. Wir können den von oben nehmen, den 40-Schritte-Baustein. Dieser erzeugt uns genau den kurzen zweiten Henkel. Platziert den ganz unten. Oh, jetzt fehlt nur mal die letzte Naht. Wir müssen auch die Nadel wieder einschalten. Dazu starten wir nochmal den Laufstich. Und schauen uns das Programm an. Und fertig ist unsere Harry Potter Brille. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ciao. 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 Vielen Dank.